ja, hoi, freund und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und bitte, ach, nur ein Splitsicle! Ich sage aber bitte, 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 gestatten, bitte. Ja, so einen Let's Play Blitz, Sicken, Splits, Splits, Alter! Let's play, Splits, Sicken, Splits, Scream! So, Alex, jetzt sag auch mal was zu der ganzen Situation, du kleine Schwuchtel. Für weh, du kleiner Bär. Unser Motto, ein bisschen gay ist okay, ne? Also von daher läuft das mal. Adrenalin, ne? Wie der hier immer losgeht, wie der mich schon angetatscht hat. Musst hier schon fast... Polizeimeldungen vorgefallen. Los geht's. Oh, 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 oh... Oh, 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 oh! Ist das auch scheine Mutter? Nicht deiner Mutter! Welche Mutter? Das ist die Frage alles! Bei dir weiß man das ja nicht so genau! So, so... Jetzt fahr mal erst meinen Spoiler aus, dann geht es Louis! Ich probiere dich das. Ach so... Jeder wird... h also mein Spoiler ist schon lange ausgefahren Ege wegen was hast du denn ausgefahren? Ah, ich wisst nicht! Wegen so ner geilen Plotin der Frühsäune Frühs gibt's nicht Hab ich schon im Fernsehen gesehen? Der ADE oder was? Ja, Frau Dauß! Guckst gelegentlich an, meiner Mutter! Du kannst mir vorstellen, das ist das Dreamteam vom Fernseher! Das ist Dreamteam vom Fernseher! Dreamteam vom Fernseher! Dreamteam ist primitiven Assoziaten und Mutter! Aua! Mensch Günther! Damals wurde es nicht gemacht! Das war der Unterplan, ne? Aua! Und die zweite Streckenfahrt an! Mensch Günther! Die zweite Streckenfahrt an! Gott, ey, ey, ey! Und die zweite Streckenfahrt an! Beide! Beide! Wer hat sie ne Bullen von jedem! Beide! Beide! Wer auf! Wer auf! Ich sag nur, das macht uns nicht so, so, irgendwie halt. Wie, die zweite Beide des Hauses, wir haben zum einen der alte Beide des Boots! Sie ist übelst, bis sie mit Spiegel, hier mal die Quiecke mal rum, wie so ein Deron, Junge, der Radar ist auch frühter gefallen. Ah, die haben wir jetzt gemacht. Ah, der Peter ändert die Strecke. Der Peter, der geile Peter. Der hat er eben nicht, ach doch. Der Peter fährt vor mir ja. Ja, der Peter. Der Peter lustig, weißt du gar nicht? Jetzt mach mal, jetzt mach mal. In your face, bitch. Ich hab ihn nicht mal gestört, der fährt einfach weiter. Alter, wir dürfen überhaupt nicht neu. Der liest gerade Zeitung. Also, wenn du kamen, bin ich ja immer ziemlich geil, ne? Du bist da bis Ende, hier kommt. Du bist da immer ziemlich geil. Da, ist du doch den Peter. Der fährt so ein junger Gott. Junge Gott. Weißt du, dass der jung ist? Deine Ahnung, weil es ist auch weiter. Hast du Peter mal eingeholt? Peter ist eine schwere Nuste. Bist du doch Peter drüber. Peter drüber. Peter drüber. Peter drüber. Achso. Der gerade. Ich hab dir in 38 als so. Er geht an. Und das,�� ich in 5 Menschen mit dabei ist für schwer zu erklären weil die so eine komische Struktur haben was ja wir kriegen nämlich monatlich 230 Euro Art 4 Alter wie doch du bist ein kleiner Penner ich hab mal die Strecke geändert zu meinen Gunsten nein ihr seid doch mal Junge du bist doch von mir gespawnt jetzt ist aber hinter dir du bist gerecht ja ich bin 8er Junge du hast mich vor meinem ersten Platz runter geholt du warst nicht auf dem ersten nicht in die Eier das wäre egal die Reaktion immer da schiebt die Kisten den Müllkiewel müssen den Müllkiewel müssen warum geht das denn du bist auf C du bist doch irgendwo drauf gekommen ich wollte Papier hat kalte Mäuse an Mausansicht den Nosterfahrer den Nosterfahrer jetzt hab ich Gott ich hab's verrutsch nicht den Nosterfahrtraum den Nosterfahrtraum hier ach Alter Nosterfahrer die heißt ja eigentlich schon NOSFERATUS das ist die krange Waffe beim beim Wettbewerb den zieh ich 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 den zieh du bist doch schlecht so krank so ich sag aaaaaaah muss man noch ein paar kranke Powerbälle machen und das du auf dem 7. ausschließen kannst oh krank war ich war erster alles wegen dir ja ich hab sogar Videobeweise alles nur wegen dir wenn ich kein Vorgericht gegen sie verwendet werde ich zeig dich an ist der andere Prozessor ist und mit wem Barbara Salic und mein Anwalt ist Christian Vorländer und das ist hier komm Ender noch eins ja ja komm komm mal jetzt geht rein du kleiner Gas Mensch komm geh weg ne wir wollten eine Anwalt ne 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 nenn ne 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 Ja, Entschuldigung! Oh Junge, ey, das geht gerade so ab! Ich fahr auch langsam mit Ballen! Oh Geil, Schlucki! So, jetzt brauchen wir Baustelle! Ne, ist wirklich Spaß! Doch! Es wird ja alles! Lass ihn schon nehmen! Lass ihn schon nehmen! Oh, Wichser! Oh! Oh! Die Fingerkrabbel hing mit den Fingern! Jetzt hab ich's durchgedrückt, du Tröckel! Jetzt hab ich's durchgedrückt! Mann, du alte Schnau! Du alte Scheiße, Junge! Aua! Das wurde doch in die Eige gedreht! Juck! Da liegt der Armbruch! Steh auf! Hey, du hast doch echt was gefressen worden! Steh auf! Mit der Oma hier Kuchen hab ich auch nicht gegessen! Oh Scheiße! Eindeutig! Das ist fort und blöd! Alter, ey! Na komm, steh auf! Alter, das ist alles kompliziert! Soll ich dir hochhelfen? Halt die Backen! Ich will dich von dir an und vergewaltigt werden! Ist doch so! Wie kann ich da währenddessen mal meine Jagd aufheben hieß? Kommst du hoch, mein Sack! Ist doch gut! Steh! Hast du die Beine gebrochen, oder? Das tut weh! Wirklich? Kleines Arschloch! Na, guck! Gib den Film, das kleine Arschloch! Mit dir rede ich gehen, warte mal rein, Alter! Geh, weil meine Lenden gegen mich... Setz dich ordentlich hin! Jetzt hab ich mich schon noch aufgeratet! Na, hier! Gibt's noch ein geiles Video? Ich muss dir auch mal zeigen! Nuss! Los geht's! Na, Junge, in Neustadt! Neee!